Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Philosophers Challenge. Beim letzten Mal haben wir jede Menge Blöcke hergestellt. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich das hier verdoppeln muss in der Breite, dass es nach was aussieht. Moment, ich muss schnell was rausfinden. Dazu bräuchte ich eine Handvoll Planks. Ein bisschen was schon. Genau deshalb brauche ich die Dinger hier. Dann brauche ich... ...als ich brauche, oder? Hm, nicht Floor, sondern die Dinger. Ja, ich will nur schnell wissen... Ach, okay, die sehen gar nicht so schön aus, wie ich gehofft hatte. Die sind nicht so dunkel geworden, wie ich gehofft hatte. Hm, ich hatte gedacht, die wären dunkler geworden. Okay, naja, dann halt nicht. Schade. Oh, und wir müssen mal was essen. Und da kommt mir das gerade recht, was ich hier finde. Dum-di-di-di-dum-dum-dai. Irgendwann werden wir ja auch mal einen Mob-Spawner und sowas bauen müssen. Ein Mob-Spawner wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kabelst du aus dem Material hier vielleicht nicht, aber... Hm. So was wäre so ein Mob-Spawner recht cool. So Material sähe das bestimmt seltsam aus. Hm. Wie wäre es denn, wenn wir mit einem von den Materialien, die wir hier haben... ...das könnte man natürlich schon mit sowas machen hier. ...nö, das sieht komisch aus für Mob-Spawner. Passt das nicht. Hm. Ich könnte natürlich... ...Brick 4 mal anschauen. Wäre das was... Nö, das sieht so... ...Gefängnismäßig aus. Die... die... ...Zerstörungsanimation sieht... ...scheißig drauf aus. Hm. Was wäre, wenn ich mal kurz ein bisschen... Hm. Gelb kombiniere. Ich kombiniere einfach jetzt mal gelb mit den Dingern. Das sind die ganz Standard 0815 Bricks, oder? Das wird vielleicht sogar noch besser zur Fabrik passen als das, was ich hier habe. Die sind so blau und so. Das sieht fast eher für so eine... ...naja, hm. Das sieht... ...hat schon was. Das hat schon sehr viel. Das Problem ist nur, dass ich nicht entscheiden kann, was mir besser gefällt. Das hier sieht mir aus nach einer Schule. So eine... ...Brickstone-Schule. So eine uralte Schule. Irgendwie sowas. Hm. Was habe ich denn noch da? Ich habe Lapis. Lapis kann ich mir nicht leisten. Dafür ist es zu teuer. Probier ich aber trotzdem aus. Ich will wissen, wie die aussehen. Aber genau das wäre für ein Mobsponer sowas Richtiges. Nö, ist es nicht. Vielleicht was ist Holz? Was habe ich denn noch für Farben? Hellblau. Probier mal hellblau aus. So schwer ist es nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Ich sollte vielleicht richtig anordnen. Hellblau. Der Fug? Das wäre eher was für so eine kleine Steinwand, aber... Nö. 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 Nicht sinnvoll. Nicht das richtige Material. Ich werde da mal demnächst eine Materialkiste anlegen. So, jetzt habe ich einmal Orange und einmal Magenta. Nehme ich erstmal Magenta und dann links. Magenta. Huch, das sieht seltsam aus. Das ist eher was für ein Boden, würde ich fast schon... Würde ich eher sagen, als ein Brick. Hm. Für was wäre denn sowas geeignet? Das ist eher für so einen Keller da. Bisschen verspielt. Okay, dann probieren wir noch das hier aus. Knallrot. Bricks. Da muss ich auch zugeben, das ist auch eben mehr Boden. Das kann... Oder so... Ne, doch, das ist... Entweder Band oder Keller oder so. Eigentlich ist es mehr Boden. Mehr Boden. Hm. Auch nicht so mein Geschmack von der Farbe her. Gut, was habe ich noch so an Farben? Im Moment relativ wenig. Schwarz hatte ich... Schwarz hatte ich... Rot hatte ich... Grün hatte ich noch nicht. Lila. Cyan. Hellgrau. Grau. Pink. Ich habe massene Farben. Gut, probieren wir mal pink aus. Ich habe es jetzt am Boden platziert, weil viele Sachen inzwischen noch so ein bisschen nach Boden aussehen. Das hat irgendwie... Hm. Das kann ich so schwer einschätzen, aber das ist... Das könnte was für einen... Pink könnte... Also pink merke ich mir mal. Die tue ich mal dann direkt in die Kiste hier. Pink. Okay, probieren wir es mit grün aus. Das sieht auch wieder mal nach einem echten Brick aus. Hm. Nö, das sieht eher aus wie so ein... Nö, das passt nicht für eine Moptera. Mir fällt nicht ein, was ich genau damit bauen will, aber... Ich weiß... Ich habe so eine grobe Richtung, in die ich das bauen könnte. Und wisst ihr, was ich eigentlich machen sollte? Und dann brauche ich ein Crafting Table. So, damit ich nämlich nicht jedes Mal die ganzen Cobblestones, die hier schon drin sind, rausnehmen muss. Dann kann ich mich die hier drin lassen. Jetzt schaue ich mir Zyran an. Zyran. Hm. Hm. Nö, für Mosporne nicht so. Auch wenn es eher ging. Aber ich glaube, das andere hat mir besser gefallen bisher. Purple. Uh, das sieht sehr, sehr leuchtend aus. Wow. Nö. Augenkrebs. Nö, es ist irgendwie unangenehm. Auf keinen Fall. Light Grey. Hellgrau. Hm. Ist das... Moment mal kurz. Das ist doch das Material hier in Bodenform, oder? Also wenn ich mich nicht täusche. Ja, damit kann man gut die Dinger bauen, aber das hilft mir nicht viel. Oh, ich baue noch eine Spitzsacke. Brick sieben und acht sind das. Die sind schon schnell, die Spitzsacken. Das ist schön. Aber nö, die gehen nicht. Brick neun. Nö. Und nicht für einen Mob-Spawner, für einen Mob-Spawner nicht wirklich. Also schauen wir uns nochmal an, was für eine Form wir hatten wir hier für. Ähm, wir hatten hier für pink. Okay. Kann man hier für irgendwas verwenden? Use. Nur so eine Kleinigkeit. Es gibt sieben Seiten mit zweier... Da gibt's Stairs von. Es gibt Slopes. Es gibt Slaves. Es gibt... Ich sag nur... Ihr wisst, wie viele verschiedene Farben es gibt. Ihr wisst, wie viele verschiedene Arten von Stein und Holz es gibt. Und ihr wisst, wie viele Dinger das davon gibt. Holy... Cow. Okay, pink. Pink, 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 pink. Hm. 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 Okay. Schritt Nummer 1. I need an X, my friend. I need an X. I need an X, my friend. Choppy, choppy, down, down, down. Ich brauche einfach mal so ein Stack oder zwei. Ich brauche eigentlich einen guten Schwung von dem Zeugs. Macht euch darauf gefasst, dass wir unsere Kabel-Ressourcen mehrfach aufbrochen werden. Und da und da und dort und dort und dort und dort und dort und dort haben wir hier ein bisschen brauche ich noch auf jeden Fall. Man muss ja immer dran denken, ein Stack hier, äh, von D. So. Zwei Stacks Holz. Mit zwei Stacks kann ich zwei Stacks von den Farben machen. Heißt, acht Stacks von dem Dings, was ich haben will. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ähm, kombinieren, kombinieren. Das war pink, oder? Pink, oder? War das pink? Ich muss nochmal schauen. Yep, war pink. Gut. Und das heißt, ich brauche auch mit denen hier nochmal pink herstellen. Und dann pink herstellen. Ja klar, natürlich die Sängerin. Die Sänger, ja doch, Sänger ist doch eine Sängerin, oder? Ich glaube schon, ich kenne mich da kaum aus. Light Grey, Grey, Pink. So. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Wup. Eins, zwei, drei, vier. Wup. Da werde ich nämlich so eine Art Turm auch draus bauen. Und da wird dann der Mopspawner drin sein. Und dann sollte ich eigentlich mal noch eine ganz bestimmte Sache bauen. Fühlt, dass ich nochmal ein bisschen Holz brauche. Aber diesmal nicht so viel. Fählen wir den auch noch und dann passt's. Denn. Ich glaube, ich brauche jetzt mal kurz ein bisschen Lagerplatz. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das, 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 das. Brauche ich nicht. Und jetzt brauche ich. Jede Menge davon. Die waren auch immer billiger, muss ich sagen. Ein halber Stack reicht. Genau genommen brauche ich auch keinen halben Stack. Eigentlich reicht weniger aus. Ich stelle das jetzt mal direkt hier auf M. Waypoints. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dretze, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 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 achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 23, 24, 25, machen wir 25 hoch. Okay, jetzt heißt es, ein wenig drum rum buddeln. Es geht jetzt hauptsächlich um eine Kleinigkeit. Natürlich, ich habe ja vorher schon mal gesagt, was ich genau bauen will. Und dann kann ich hier einfach durchgehen. Wichtig ist nur, das Ding noch nicht zuzubauen, weil ich dafür noch nicht genug Material habe. Man verbraucht Unmengen von dem Zeugs. Aber ich bin froh, dass der Kabel-Chain so schön effektiv ist. Stellt euch mal vor, müsst ihr das per Hand meinen. Viel Spaß beim Kabelfarmen. Vor allem geht uns irgendwann der Kabel sonst aus. Ich könnte natürlich erst mal ein paar Tracks bauen von Raycraft. Und dann meine Holzfarm automatisieren. Was sich ziemlich lohnen könnte. Naja, das kommt schon noch alles zu seiner Zeit. Wichtig ist nur immer, rechtzeitig, bevor es Nacht wird, zurückzugehen. Das Ding wird sowieso irgendwann verschoben. Es wird nur kurzzeitig da sein. Und es wird natürlich auch ein anderes Aussehen bekommen. Genauso wie das hier irgendwann ein schöner, schön designt, gestalteter Turm sein wird. Und das hier jetzt eigentlich hauptsächlich kurzzeitig ist. Aber das ist irgendwie immer so. Wenn ich versuche, irgendwas schön aussehen zu lassen, das dauert immer ein bisschen. Ja, ich muss auf meine Uhr schauen, dass ich weiß, wie viel wir haben. 25 ist ganz ordentlich von der Höhe. Das dürfte alle tödlich sein für die Sachen. Und dann, boah, wie viel haben wir noch? Puh, wir laufen durch das Zeug durch. Das ist der Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn. Ich hätte natürlich nicht nach Mob Spawners und nach Turms schauen müssen. Was wird Nacht? Schnell mal durch die Nacht schlafen. Ist sinnvoll, weil sonst kommen Creeper und böse Gestalten, die meinen Turm einreißen wollen. Und das wäre schlecht. So, und nach oben. Immer weiter, immer höher. Und so weiter geht die Welt. Ich glaube, Shift funktioniert bei den Dingen nicht. Nö. Okay, wir nehmen ein bisschen Schaden, aber das passt. Wir werden übrigens ein Anti-Spinn-Schild bauen. Hier wird es nicht so sein wie in der Skyblock-Map, dass ich die von der Turtle kennen lasse. Das ist keine EP-Farm, sondern eine normale Farm. Hier geht es mir wirklich nur um die Sachen. Eventuell werde ich hier oben das später durch einen Skelett-Spawner austauschen, sobald ich die Fair-Möglichkeit dazu habe. Oh, wir sind fast da. Sehr schön. Dann würde ich fast sagen... Oh-la-di-oh. Einen Block machen und dann sind wir auf der gleichen Höhe. Und dann ist der Fall dann tief genug, um die garantiert zu töten. Auch die normalen Gegner wichtig ist, nur dieses Mal daran zu denken, dass ich keine Änderung am End-Spawner baue. Das ging mir beim letzten Mal zu sehr auf die Nerven. Und mit beim letzten Mal meine ich beim letzten Mal bei der anderen Map. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist der Wasserweg. Oder wird der Wasserweg sein irgendwann... Ich muss das natürlich schön verkleiden. Das ist auch wie ein cooler Turm. Nicht wieder wie ein Beobachtungsturm oder irgendwas. Die sein wird schon noch kommen. Alles zu seiner Zeit. Das hat beim normalen Infinity Project damals auch funktioniert. Auch wenn ich da keine so coolen Building-Blöcke hatte. Auch wenn ich natürlich nicht sagen kann, wie gut es für die Framerate ist, die Gantnit mit den Blöcken hier zu bauen. Uh, mir gehen die Blöcke bald aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann baue ich jetzt nur die Dinger einen Moment mal kurz, dass ich das habe von der Breite her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, eins, zwei. Und reicht gerade so perfekt aus. Perfekt. Ups, das war ein bisschen überstürzt. Naja. Sieht doch schon fast wie ein epischer Turm aus. Aber nur fast. Aber ich denke, das müssen wir im nächsten Part fast machen, wenn wir schon wieder an der 19-Minuten-Marke sind. Aber ich denke, wir sollten vielleicht doch die Dinger abernten und erstmal ein bisschen was anderes machen. Moment. Brick ist auf welcher Stufe? Auf der von Eisen. Ich habe was ganz Bestimmtes vor beim nächsten Mal. Also im nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, dass wir die ersten Sachen Richtung coolen Zeugs machen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und bye-bye.